Willkommen zurück zu Final Fantasy 14, ja. Ihr fragt euch wahrscheinlich bestimmt, warum wir jetzt hier stehen, ja. Ich habe weitergemacht, bis hierhin gequestet und so, eigentlich habe ich das aufgenommen. Nur das Problem ist halt, äh, ja. Der Wert der Herr, also ich hatte noch Part 60 ungerendert, gespeichert in den Aufnahmen und Part 61, was ich aufgenommen hatte, war da auch drinne und ich wollte Part 60 löschen und ich, Idiot, drücke Part 61 löschen, merke es nicht, drücke auf Ja und da die Datei zu groß ist wegen 60 Gigabyte oder sowas, ja, hat er sie komplett gelöscht, nicht im Papierkorb getan oder so, ist klar und, ähm, ja. Ist nur weg. Ja, kann euch aber dann erst mal sagen, es tut mir sehr leid, ich wollte das, ich habe versucht, das zu retten und, ähm, ja, es geht nicht und dann mache ich jetzt einfach noch ein Part und liefere den als 61. Part. Ja, nur das Problem ist, ja, was ist vorher passiert? Wir hatten uns erinnert, den letzten Part war die Sylve, ne, die gekommen ist zur Bund der Morgengröte. Ja, als nächstes haben wir einfach mit Minifilia geredet und sie hat uns auf die Suche nach den maskierten Aschian, den schwarzen Mann, geschickt und hat gesagt, wir sollen hierher nach Jihibaho gehen und mit ihnen reden. Hier waren noch zwei andere Quests, ne, drei Quests, die offen waren, die wir gemacht haben, war einfach Töte hier Viecher, die Bussarde, Töte die Flauschis und, ja, genau, stell die Vogelscheuchen auf, das habe ich auch gemacht und dann gab es im Anschluss noch eine Quest, eine Quest müssen wir hier abgeben und alles andere hatten wir hier abgegeben, es gab noch eine Quest, ja, die wir auch schnell erledigt haben, die Quest hieß einfach, bringen das Blut zu ihnen hier, die wir von den Flauschis hatten, die wir besiegt haben und dann war es auch abgeschlossen, mehr war das nicht. Jetzt haben wir ja nur diese eine Quest hier offen und Jihibaho hat uns dann durch die Wüste geschickt, hat gesagt, er hat nichts gesehen, wir sollen die anderen Händler fragen, haben wir die anderen Händler hier gefragt, die haben alle nichts gesehen, also habt ihr auch nichts verpasst, weil das war nicht so spannend. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht die Kikirin wissen irgendwas, da sollen wir im Lager nachschauen, bin ich da reingegangen, hab mich reingeschlichen, hab mir ein Dokument geholt, hat er gelesen, hat er gesagt, oh, die Bewohner wurden von Kikirin entführt und an die Almaljar verkauft, okay, das ist nichts, ja, nichts für einen schwarz maskierten Mann oder sowas, den wir suchen, das waren einfach nur Almaljar und er hat sich entschuldigt, dass er uns auf eine falsche Fährte geschickt hat und ja, danach war eigentlich der Part zu Ende gewesen. Das ist der neueste Stand der Dinge. Jetzt werden wir ihn wieder anreden, um zu gucken, wo er uns jetzt hinschickt und ja, ich hoffe, dieses Mal lösche ich das dann nicht, wenn wir fertig sind. Nein, das kommt nicht mehr vor. Alter, das, ich, ich kann mir das immer noch nicht verzeihen. Echt, ich weiß nicht, wie das, wie dumm ich sein konnte und bitte verzeiht mir da. Aber wir machen mal weiter, ich will hier nicht zu viel quatschen, weil ich schon viel, zu viel Zeit verloren. Du kommst wie gerufen, Abenteurer. Ich hätte da ein neues Ausflugsprogramm im Angebot und außerdem einen Hinweis, der uns auf die Spur deines maskierten Freundes führen könnte. Diesmal ist der Bomben sicher. Ehrlich, ich habe den Kerl nämlich mit eigenen Augen gesehen. Er hat auf einem Hügel in der Nähe von Tals Rast ein Signalfeuer entzündet. Ich vermute mal, um die wilden Stämme irgendwelche Anweisungen zu geben. Worum es auch ging, konnte ich leider nicht entschlüsseln. Dafür habe ich aber eine grandiose Idee. Warum nimmst du nicht einfach diese Beutel-Qualmkohle hier und entzündest damit ein Feuer? Wenn du Glück hast, kannst du so den, oder die Komplizen des Mannes hervorlocken und Hinweise zu ihren Auftraggeber aus ihnen herausquetschen. Ist das ein Plan oder was? Tja, auf den guten Hihibahu ist also war noch immer verlassen. Ich sag dir was, wenn du diesen Fall gelöst hast, solltest du dir erstmal Ruhe gönnen. Und wo ginge es besser als hier bei uns in schönen Hohenbrücken? Ja, und er will uns ja immer was verkaufen, hatte ich ja schon gesagt. Aber gut, werden wir jetzt da hochgehen mit unseren Schokobo. Und ja. Gut. Ich komme da immer noch nicht drauf, klar, aber es tut mir so leid, dass die Aufnahme verloren gegangen ist. Aber ich habe es ja im Schnelldurchlauf eben gerade erklärt und ich glaube, das war verständlich, hoffentlich. Und es macht euch nicht so viel aus. Ich könnte mich ohrfeigen dafür eigentlich. über meinen Kopf auf den Tisch hauen. Wie dumm man sein kann. Weißt du? Einfach aus Gewohnheit Reizkegel löschen. Okay, und dann... Ach du Scheiße. Tja. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Naja, gut. Geben wir hier noch unsere Quest ab, die wir von... die ich schon gemacht hatte. Und ja. Qualmkohle, okay. Oh, er hat eine neue Quest für uns nochmal, die wir natürlich auch annehmen werden. Was auch immer wir tun müssen. Äh, Pelisaurier niederstrecken, vier Stück. Ja, bevor wir weitermachen kommen, lasst uns denn noch die Pelisaurier, äh, Saurus hier wegmachen. Ach genau, und im letzten Part sind wir auch noch eine Stufe aufgestiegen. Das hatte ich auch noch vergessen zu sagen. Ach, es ist doch so viel passiert und ich könnte mich dafür ohrfeilen. Aber gut jetzt. Äh, ja. Machen wir einfach weiter. Gibt es ja auch nichts passieren. Hahaha. Das war halt voll doof gelaufen. Das ist mir, glaube ich, schon einmal passiert, ne? Ach, das darf mir einfach nicht mehr passieren. Also ganz am Anfang, glaube ich, vom Fallen in Fantasie. Das ist mir, glaube ich, nur Aufnahmeschrott gegangen. Aber die ist Schrott gegangen. Und, ja, das war halt doof gelaufen. Und die jetzt habe ich selber gelöscht, weil ich dumm bin. Das war eigene Dummheit. Nicht gucken, einfach machen. Und, ähm, ja, äh, hm, 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 wenn man schnell, schnell macht. Und dann, ja, zeigt einen, dass man muss das nicht schnell, schnell machen. Langsam und ordentlich. Naja, gut. Kann man nichts ändern jetzt, leider. Ich würde gerne was ändern wollen, aber, ja. So, jetzt den letzten Pellisaurus nochmal. Und dann haben wir auch schon die Quest hier fertig. Die schöne, wunderbare Quest. Ja. Auf geht es da. Ich sprint mal. Schokobullo lohnt sich nicht gerade. Dieses kleine Stück hier. Zack. Rein hier. Hier, ich habe die Pellisaurus vertrieben. Kriegen wir was Neues? Oh, cool. Den Gürtel möchte ich gerne haben. Den rüsten wir natürlich gleich auch. Und wir sollten mal Sachen verkaufen auch. So, erst mal aktualisieren wieder. Genau. Äh, nächste Quest. Was auch immer. Ach, die nächste Quest ist wieder zurück. Ja. Dann machen wir erst mal die Hauptquest weiter, weil ich hoffe, wir kommen durch die Hauptquest auch wieder zurück. Aber ich hoffe das nur. Da oben ist ein Zielort. Warte, werden wir jetzt mal ähm, die Qualmwolke, die Qualmwolke, genau, Qualmkohle benutzen. So. Und ein Feuer entzünden und gucken, was passiert. Ob da einer kommt. Feindliche Präsenz. Bis zum Klump, äh, Klumpelize. Ja, Komplize. Sag mir, was, äh, ja. Wo der schwarze Mann, der maskierte Mann ist. Nein, sagst du nicht? Okay, dann halt nicht. Dann sagst du, sind halt nicht. So, auf den Schokobo. Ja, wir müssen wieder zurück. Cool. Und wir hier auch alles erkundet und so. Und zurück. Und Quests haben wir auch gemacht. Super. Finde ich super. Hatte schon im letzten Part eigentlich gesagt, den ich... Ne, ähm, ähm. Sag ich nochmal, weil ihr das ja nicht wissen könnt. Was heißt im letzten Part, in den kaputtgegangenen Part, den ich gelöscht habe? Nein, da hab ich dir auch gesagt, ob wir noch bis Heavens Watch schon da hinkommen, bevor das rauskommt. Damit wir up to date sind und bei Heavens Watch weitermachen können. Weil ich glaube nicht, dass es noch so viel, was man machen muss und so. Und so wenig Tage, drei Wochen noch bis Heavens Watch. Das ist, ne... Vielleicht, wenn ich jeden Tag zwei Parts bringen würde, Fightin' Fantasy. Keine Ahnung. Und so erstmal hier die Quest abgeben. Ja. So, die Quest haben wir auch fertig. Was können wir jetzt noch? Nur noch die Hauptquest wahrscheinlich, ne? Ah, da bist du ja wieder. Wie ist der Plan gelaufen? Konntest du etwas über den maskierten Mann rausfinden? Äh, hier, ich hab Talisman gefunden. Das ist ja zweifelsohne. Dies ist ein Talisman von Rallga, dem Zerstörer. Rallga, der Zerstörer, ist der Schottgott von Alamigo. Tja, die Galle ja, mit der er den Migiten nicht wirklich vom Hals halten können, was? Na, wie auch immer. Solche Talismane tragen eigentlich nur patriotische Migiten mit sich herum. Was bedeuten würde, dass der Maskierte nicht nur mit den wilden Stämmen, sondern auch mit den Flüchtlingen aus Alamigo im Bunde steht. Sieh dich besser vor, Abenteurer. Dein Feind scheint ein weites Netz gespott zu haben. Ich sag's ja, du solltest dich lieber hier in Hohenbrück zur Ruhe setzen. Äh, ja, ja, ich hab ja schon verstanden. Nichts verkaufen. Genau. Und das ist wieder sowas, wo Handschuhe, Teil und Kopf in 1 sind. Das möchte ich nicht, so eine Ausrüstung. Die verabscheue ich. Hihi, Bara. Oh, Vorschlag. Es lässt mir einfach keine Ruhe, dass die Migiten mit den Maskierten unter einer Decke stecken. Abenteurer. Ich habe seit diesem Vorfall, jedem Vorfall kein Auge mehr zugetan. Du, das kannst du mir glauben. Wenn du deine Suche trotzdem der Rückschläge äh, fortsetzen möchtest, solltest du vielleicht einmal in Klein-Alamigo vorbeischauen. Mehr Migiten auf einen Haufen findest du nirgends in Tannalan. Bedenke allerdings, dass die Siedlung ein Zufluchtsort für alle jene ist, die sich in Ulda nicht eingliedern wollten oder konnten. Dort herrscht ein Umgangston, der so rau ist wie die Wüste, in der wir leben. Die Flüchtlinge in Klein-Alamigo sind verschlossen und empfangen Fremde nicht gerade mit offenen Armen, erzählt man sich. Selbst ein erfahrener Abenteurer wie du sollte da nicht achtlos hereinspazieren. Wende dich am besten direkt nach der Einkunft an ein Mädchen namens Hihira. Sie ist meine Tochter und vor einiger Zeit nach von Hohenbrück in südliche Tannalan nun ja übergesiedelt. Sie ist ein eigensinniges, aber herzensgutes Kind und wird dir sicher helfen und richte ihr doch bitte aus, dass ihr Vater sich Sorgen um sie macht. Am liebsten wären wir natürlich du bliebst hier und würdest dein Erhaben was erabenteuertes Gil in Hohenbrück lassen. Aber unsere Begegnung hat mir vor Augen geführt, dass ich die Attraktivität meines Angebots wohl noch etwas aufbessern muss. Nun sollten dir irgendwann mal nach den Sinn nach Wurzelsammeln stehen, weißt du ja, wo du mich findest. Viel Glück jedenfalls auf deinen weiteren Wegen, Ampöre. Er will mir jedes Mal so ein Angebot verkaufen, also ja. Oh, wir kommen jetzt in ein neues Gebiet in Alamigo, das heißt, wir müssen da runter. Den stammeln wir mal mit dem Chocobo fort. Ich dachte, ich könnte da schon hin, ich habe mich harmonisiert. Kommen wir nicht hin. Dann gehen wir mal querfeldein, das Schnellste und ab geht's. Das waren auch coole Mobs hier, ne? Sehr, sehr cool. Hier läuft einfach mein Neuling lang. Auch cool. Ich bin selber Neuling. Aber es ist cool, dass man einfach so, welche trifft hier einfach lang. Tschuf! Normalerweise bei Fates und so sieht man noch mehr. Aber gut. Südliches Tanalan. Auf geht's. Da wollen wir hin. Da hinten hin. Ich mache das schon wieder gut oder ohne hier. So, jetzt mal rüber. Okay, auf geht's. Oh, da kommt mir gleich einer entgegen mit einem coolen Reit hier. Das kriegt man, wenn man die Wiederholbahnen von den wilden Stämpfen macht. Dann kriegt man da, ja. Wenn man die natürlich freigeschaltet hat mit Level 50, glaube ich, kann man die freischalten. So, und jetzt zum Flüchtlingslager. Es ist wahrscheinlich da, wie es aussieht. Da kämpft auch gerade einer. Auf geht's hier hoch. Neue Gebiete erkundschaften. Hier kann man alles angucken. Ist voll cool. Zack, zack. So, dann mal auf geht's hier. Ach, geht auf für uns. Geht für uns auf. Ich hoffe, ich finde jetzt noch den Iterit. Ja, da ist er doch schon. Schnell binden, bevor ich das wieder vergesse. Ich vergesse sowas immer gerne. So, dann mal die Quest hier annehmen. Natürlich wieder. Schokoverleiher einmal anreden. Aber nichts wollen. Die Linie brauchte mal am Anfang, gab es ja noch keinen Schokobos. Aber jetzt nicht mehr so. Man hat ein Schokobo und auf geht's. Amelot. Noch eine Quest für uns. So, ja, das bin ich. Mein Vater schickt dich, sagst du. Ich hoffe, er hat nicht versucht, dir halb Höhenbrück aufzuschwatzen. Doch hat er. Du suchst einen maskierten Mann in einer schwarzen Robe? Nein, ich fürchte, da kann ich dir nicht helfen, aber der alte Gundobald vielleicht. Er kümmert sich hier um die Belange der Siedlung und weiß vielleicht immer, was den kleinen Alamigo gerade vor sich geht. Okay, fragen wir ihn denn mal. Was willst du, Abenteurer? Wir haben nichts für Fremde übrig und aus gutem Grund. Aber ich suche einen maskierten Mann. Du verfolgst einen maskierten Mann? Das ist schön für dich, aber, äh, was hat das mit mir zu tun? Dieser Ort ist ein Refugium für den kläglichen Rest unseres Volkes. Für all jene, die den Klauen der Galearschen Kaiserreichs entkommen konnten. Unsere Heimat Alamigo haben wir verloren. Doch, äh, hier wollen wir einen Neuanfang wagen. Selbst herrliche Abenteurer, die ihre Sache für den helligsten aller Zwecke halten und ihre Nase in unsere Angelegenheiten stecken, äh, die sie nichts angehen, können wir hier nicht gebrauchen. Setz deine Suche woanders fort, wenn du noch etwas Abstand, Anstand besitzt. Ja, anscheinend will der nicht mit uns gehen. So, sie hat auch noch eine Quest für uns. So, Quest angenommen. Oh, wir haben hier so viele Quests. können wir hier gleich die Quests machen, wenn wir hier irgendwo da sind. Oh, tiefgrünes Tunicum. Medizin für mich. Ja, ich verteile die Medizin. so, dann gehen wir wieder hier zurück, da ist ja anscheinend Gisebert, Legionshauptmann. Nehmen wir mal an. Sehr gegrüßt, Abenteurer. Mein Name ist Gisebert. Mir obliegt der Schutz dieser kleinen Siedlung. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Verstehe, du suchst einen verdächtigen, maskierten Mann in einer schwarzen Robe. Nun, ich kann dir jetzt schon sagen, dass dir an den Bewohnern von kleinen Alamigo mit Sicherheit die Zähne ausbeißen will. Die mögen es nicht, wenn man hier sich in ihre eigenen Gelegenheiten mischt und bleiben für gewöhnlich unter sich. Wenn wir von der Legion uns nicht um die Verteilung der Essensration kümmern würden, hätten sie uns vermutlich in den ersten besten Wüsten nach den wandelnden Leichen da draußen vom Fraß vorgeworfen. Hier wirst du wahrscheinlich nicht fündig werden, mein Freund. Es könnte allerdings sein, dass jemand meiner Männer da draußen deinen maskierten Freund gesehen hat. Die Wachen in der Nähe des Amagia-Lagers süßlich von hier warten sowieso gerade auf die Ration. Bring ihnen diese Schale Tanne-Laden-Schwarz-Tee vorbei. Vielleicht erzieht sie dir ja zum Dank etwas. Okay. Ja, das ist eine Sache. Wir bringen ihnen was und ja. ich glaube hier oben ging es noch Dank und dann können wir noch Medizin verteilen oder unten. Ne, Ich wusste es. Lange ist her, aber ich wusste es. So, einmal hier, du kriegst auch was. So, da hätten wir die Quest schon mal fertig. Wie kommen wir hier irgendwo wahrscheinlich raus, genau hier und die Quests einmal rund rum machen. Können ja hier rumgehen und dann die Quests wieder abgehen und haben wir nicht noch irgendwo eine Quiz. Hm. Hm. Keine Ahnung. Machen wir mal den Freibrief hier fertig. Okay. Auf leicht. Ich weiß nicht, was das ist, wie schwer das sein sollte. Könnte verschmutzte Seiten finden. Okay. Finden wir die Seiten, die hier besiegen? Oder gucken wir mal. Fünf Seiten finden. Das machen wir. So, einmal weg. Eine Seite gefunden. Oh, eine Seite gefunden. Okay, wir müssen sie töten. Aber kommt ja gleich der nächste. Wie gerufen. Wie gerufen, ja. Zack. So, weiter jetzt. Leichenbricker. Ja, okay, dann bleiben wir hier. Kommt immer einer irgendwie komisch weit. so stellen sie mehr hin, wenn hier immer einer kommt. Cool. So, ich warte auf nächsten, wo bist du? Da ist er ja gleich. Okay, nicht alle haben was. Ich glaube, ich sollte sich einander nehmen, wenn der hier nichts hat. sei denn, es ist egal, wen ich nehme. Der hat hier wieder was. Der hatte wirklich was. Ja, okay, dann nehme ich die hier. Noch zwei Seiten. Das coole ist ja bei Level 30 und dann können wir auch unsere Klassenfest wieder machen. nur noch eine. Und dann können wir sogar unsere Jobfest machen. Dann werden wir zum, sind wir kein Marodeur mehr und dann werden wir zum Krieger. Was auch cool ist. Neue Attacken. Ich glaube sogar wir können dann unsere Verteidigungshaltung einsetzen und mehr ja Achso, den müssen wir auch noch besiegen hier, der aus den Seiten gekommen ist. Wir haben die Seiten zusammengefügt, da kamen Monster raus. Okay. So. Äh, hör auf hier. Mach dich putz. Nein. Nicht zurückbringen oder so. Komm, wir machen noch, äh, da ein paar abhanden gekommen ist, hier noch diese Quest. Oh mein Gott, das was müssen wir hier machen? Mit Hilfe der Flasche Ameiselöwe, einen Peis und Steinhaut besiegt. Alter, das sind gleich zwei. Komm hier her, du dickes Vieh. Ameiselöwensäure, schnell, 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 schnell. Wir haben ihn dadurch ein bisschen geschwächt. Ich hoffe, der andere hat weitergeht. keine Aue. Alter, gegen zwei gleichzeitig, die große muss fallen. Ich möchte nicht flüchten gehen, bitte. ich möchte den noch hier ganz schnell jetzt platt kriegen. Fertig und jetzt Sichlein hier. Ja, ich wollte eigentlich einmal so einen Kreis gehen und da reingehen, aber gut. Wenn wir schon hier sind, gehen wir hier rein. wieder abgehauen sind. Auf geht's. Schnell Schokobohr nehmen, die Sachen abgeben und dann würde ich sagen, befragen wir die Leute im nächsten Part. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass der andere Part davor kaputt gelangen ist. Also nicht kaputt, aber abhanden gekommen. Naja. So, jetzt haben wir hier die Freibriefe freigeschaltet. So, die Quests hier gleich mal fertig machen. Hier, bring dir was. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wahrscheinlich nicht. Die Quest noch annehmen hier. Noch eine Quest. Yay, ich freue mich. Hier haben wir auch geholfen. Jetzt kommen wir in den einen super Trank. Und noch eine Quest. Yay. Wir werden im nächsten Part viel Spaß haben. Ich dachte, das wäre jetzt eine Quest, aber gut, das ist doch nicht. Dann können wir im nächsten Part ja gleich wieder da oben hingehen. Und, 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 und. Äh, ja. Besessen solchen Prävisionen, den Legionären Tandaland und, 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 und die ganzen Sachen hier. Äh, ja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part, Bis dahin. Tschüss.